Hallo liebe Leserfreunde, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist es soweit, das ständige Brumm Brumm muss weg. Dem unnötigen Betrieb des Kompressors geht es an den Kragen. Ich zeige euch, wie ich den Kompressor an den Controller schließe und mit Lightburn steuern kann. Der liebe Thomas hat mir diesen tollen Tipp gegeben mit Infos zur Installation inklusive einer Einkaufsliste. Also war ich shoppen und habe mir ein paar Wirekabel als Controller Steuerleitung, kompatibel mit dem Arduino und im praktischen extrem viel Pack gekauft, was hier nach einem Verbund aussieht, ist in kleine Kabel teilbar. Mit 20 cm sind sie nicht sehr lang, aber weil es ja so viele sind, kann man sie schön verlängern. Und da ich gerade keins zum Zerschneiden hatte, für die Netzspannung ein einfaches Verlängerungskabel mit einem Stecker und einer Kupplung. Natürlich muss es kein Flachstecker sein. Dieses hatte nur gerade eine Lieferung zum nächsten Tag. Nun noch das Wichtigste, ein Halbleiter-Relais. Es sorgt dafür, dass über das Steuersignal vom Controller der Kompressorstrom geschaltet werden kann. Die Netzspannung, hier ist äußerste Vorsicht geboten und wie immer bei so etwas, dies ist kein Tutorial. Wer es nachbaut, ist selbst verantwortlich. Ich übernehme keine Haftung. Für eine Überbrückung durch das Relais wird die Phase getrennt und jeweils ein Ende davon an 1 und 2 geklemmt. Die Ausrichtung dabei ist unwichtig. Nun die Steuerleitung für den Controller. Hier ist wichtig auf Plus und Minus zu achten. 3 ist Plus, 4 ist Minus. Und da ich euch zur Warnung extra noch einen dicken schwarzen Blitz gemalt habe, braucht das Ganze auch ein Schutzgehäuse. Ich habe mir dazu mal eine kleine Box konstruiert, mit Ausgängen für die Kabel vorne und hinten, mit passenden Bodenlöchern zur sicheren Befestigung und zum Verschließen mit ein paar Schrauben. Mein 3D Drucker habe ich dann die Arbeit überlassen, dieses herzustellen. Die Boxmaße sind passend zu meinem bestellten Relais. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Relais, sowie die Kabel. Und wenn ihr mögt oder sie benötigt, dürft ihr euch auch gerne die Datei für die Box downloaden. Der Controller Anschluss Als erstes trennen wir den Laser vom Strom, ziehen den Strom vom Controller ab und sorgen dafür, dass nichts mehr mit Strom verbunden ist. Leicht versteckt auf der Rückseite des Controllergehäuses befinden sich die Schrauben für die Blende. Mit dem Imbus des beigelegten Laserwerkzeugs lassen sie sich mit etwas Feingefühl lösen. Die Blende lässt sich nun nach rechts aufklappen. In meinem Fall sind hier schon weitere Leitungen für die Endstops angeschlossen. Um die zwei Weierkabelstücke für die Controllersteuerleitung an den Controller zu schließen, führen wir sie seitlich durch den Datenkabelauslass in der Klappe ein. Die beiden Enden sind angekommen. Für etwas mehr Platz ziehen wir das obere Kabel der Endstops vorläufig ab. Jetzt können die Enden der Leitungen nacheinander auf die Pinne des Controllers gesteckt werden. Ist der Laser in einem Encloser verbaut, braucht man ausreichend Licht. Der Bereich ist sonst vielleicht etwas unübersichtlich. Um das etwas übersichtlicher zu machen und euch das Licht zu ersparen, habe ich das nochmal hübsch aufgezeichnet. Die Pinne sind nummeriert von A0 bis A7 plus einmal DDR. Für den Anschluss der Steuerleitung benötigt man die beiden Pinne von A3. Links plus, Kabel schwarz. Rechts minus, Kabel rot. Und Achtung, beim Anschluss der beiden Steuerleitung unbedingt auf Plus und Minus achten. Jetzt noch das abgezogene Kabel der Endstops wieder einstecken. Der Anschluss am Laser ist fertig und das Gehäuse des Controllers kann wieder geschlossen werden. Die Klappe vorsichtig verschließen, dabei über die Anschlüsse und den Kippschalter heben und den Laser eventuell leicht anheben. Mit Hilfe des Imbus das Gehäuse von hinten verschließen. Das Relais Das Verlängerungskabel und zwei weitere der kleinen Wirekabel sind jetzt mit dem Relais wie beschrieben verbunden. Die einzelnen Schritte dafür zeige ich mal nicht, da es sich hier um Strom handelt. Wer diese benötigt, sollte diese Schritte lieber einem Elektriker überlassen. Mein Relais kann ich nun in meine kleine lustige Box einsetzen und verschließen. Ich werde sie wohl später unter meine Arbeitsplatte oder direkt an den Endcloser schrauben. Jetzt nur noch die Enden vom Controller mit den beiden Enden aus meiner Box verbinden. Rot an Rot Schwarz an Schwarz Fertig. Wenn ich den richtigen Platz für meine Box gefunden habe, werde ich auch für die Kabel und die Verbindung einen Schutz anbringen. Jetzt nur noch die Kupplung des Verlängerungskabels mit dem Stecker des Kompressors verbinden und das Gegenstück, der Stecker, mit der Steckdose. Dem Ganzen wieder Saft geben und den Laser mit USB und Stromkabel versehen und einschalten. Ach nee, wieder zurück. Erst den gelösten Endstopp wieder an seine Position schieben. Dieser hatte beim Entfernen des Controller-Gehäusedeckels gestört und wir hatten ihn ein wenig verschoben. Der Laser fährt artig sein Homing. Ein Funktionstest In den Arbeitsbereich des Lasers lege ich mir dafür ein Stück Pappelsperrholz und navigiere den Laserkopf über Lightburn an eine für mich passende Position. Um bei diesem Test nicht wirklich zu lasern, setze ich die Leistung der Parameter auf 2,5% herunter. Warum? Es wird davon abgeraten, den Betrieb bei angebrachter AirAssist-Düse zum Schutz der Linse nicht ohne Kompressor zu arbeiten. Um die Funktion aber trotzdem testen zu können, setze ich den Wert eben auf Minimal. In Lightburn habe ich mir zwei Kreise in unterschiedlichen Farben aufgezogen. Im Menü Schnitte Ebenen kann man nun eben spezifisch einstellen, ob diese mit oder ohne Luftunterstützung abgearbeitet werden sollen. Ich starte den Auftrag von der aktuellen Position. Vorab eine kleine Rahmenfahrt und dann geht's los mit dem Originalton. Und weil es so schön war, nochmal. Mein Fazit? Ich habe ihn bezogen. Der Kompressor hat seine Brummherrschaft verloren und brummt nur noch, wenn ich es ihm erlaube. Auch nach weiteren Tests und verschiedenen Aufträgen ist dies eine super Modifizierung für den Laser. Der Umbau ist simpel und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass es sich hier um Strom handelt und dass man sehr vorsichtig sein muss. Mein riesen Dragon Cut Danke geht an Thomas für den tollen Tipp und die Infos zu diesem Video. Ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß und habt auch auf mein nächstes Video wieder Lust. Dort gibt es mal wieder ein nettes Tool. Ich freue mich auf Euch. Dicke Dragon Küsschen. Dicke Dragon Crawl. Dicke Dragon. Dicke Dragon. Dicke Dragon.